Moin meint zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ich bin jetzt bei Folge 340 angelangt. Ich hatte auch mal eine Abstimmung reingestellt, ob noch mehr Skyrim kommen soll oder nicht. Und jetzt bin ich ein bisschen unvorbereitet, denn ich war so blöd. Ich habe gar nicht nachgeguckt, wie jetzt eigentlich sie entschieden wurde. Es ist aber ein ganz guter Vorschlag gekommen von Zonsaru. Und zwar, wir können doch einfach Enderal spielen. Und das hatte sich, ich glaube, jemand schon mal um Folge 170 rum auch gewünscht gehabt. Ist eigentlich gar nicht ein schlechter Vorschlag, finde ich. So, wir steigen jetzt erstmal kurz hier in irgendeine Wasserpassage. Ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt hier alles genommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo. Ich gucke jetzt nochmal nach. Wir steigen jetzt erstmal in die Dunkelwasserhöhle, sowas. Ähm, ich bin ja gerade so, ich sag mal, auch unerkundete Gebiete so ein bisschen am ablaufen. Aber im Endeffekt pimmeln wir ja eigentlich in Himmelsraum fast nur noch rum, weil es fällt auch wirklich fast keinem mehr was ein, was man noch so machen könnte. Was natürlich auch nachvollziehbar ist, nach jetzt guten 340 Folgen. Ja. Und, äh, für alle, die jetzt gerade erst vielleicht aufs, äh, Projekt gestoßen sind und für die, die ist hier die erste Folge, ist diese gucken. Wir haben 300 plus Folgen auf legendär gespielt, jetzt gerade stets auf Novize für den Vampirfürsten. Der Vampirfürst auf legendär mit Stufe, was haben wir jetzt mittlerweile, 87, wird von fast allem getötet. Egal wie gut er geskillt ist. Denn ich habe jetzt 10 Talentpunkte sogar schon in den Vampirfürsten und das bringt mir rein gar nichts. Äh, ach ja, meine Stimme ist ein bisschen ange, äh, gekratzt. Ich bin aber nicht krank, äh, auf ein Konzert und, äh, war gut. So. Jetzt gehen wir erstmal weiter durch die Dunkelwasserhöhlen hier. Und natürlich nehmen wir trotzdem noch Sachen mit, die wir hier nicht liegen lassen, ja. Ähm, ich würde aber mal kurz hier einmal kurz Pause machen, also seht ihr nicht, und mal einmal kurz nachschauen, wie es um die Abstimmung stand, ja. Jetzt gleich. Jetzt gedacht, es hat sich nichts mehr getan nach der 10. Stimme wirklich. Wir haben 16 Stimmen mit 8 dafür. Wir machen weiter und, oder dass es mehr Skyrim geben soll und 8 dafür war was anderes. Aber was anderes läuft, ja. Wir haben ja mittlerweile, äh, 4 simultane Projekte am Laufen. So ein bisschen einer, ähm, kurze, eine, äh, Kurzarbeitsphase geschuldet, ähm, dass so viel Zeit ist, was aufzunehmen. Aber ist ja eigentlich auch nicht schlimm dann. Ähm, ich würde sagen, ich werde dann nochmal eine Abstimmung machen, ob alle damit einverstanden sind, ob wir dann Enderal noch machen. Oder ob wir wirklich das normale Elder Scrolls 5 Spiel spielen sollen. Für alle die, die jetzt sich denken, das soll bitte Enderal sein. Enderal ist eine Total Conversion Mod, also das, die Engine von Skyrim genommen, die wurde abgeändert in gewisser Form, was das Kampfsystem angeht, nicht viel. Und spielt, es gibt eine andere Geschichte. Es ist eine absolut andere Geschichte. Es ist nicht die des Drachenbluts, sondern es ist eine andere Geschichte. So, jetzt sind wir wieder hier draußen. Gucken wir mal kurz. Dunkelwasserhöhle zählt als abgeschlossen. Für die letzte Folge habe ich mir auch was überlegt. So, wir brauchen dafür erstmal im besten Fall Banditen. Banditen dürften mittlerweile wieder im stehenden Stromlager sein. Denn, wofür brauchen wir Banditen? Ich würde gerne den Vampirfürsten doch gucken, ob ich den noch vollknüppeln kann, was die Talentpunkte angeht. Und danach, erstmal kurz schauen. Ja, da sind noch, da sind noch welche. Das ist gut. Da vorne sehe ich einen. Das ist immer gut. Die kriegen jetzt... Nein. Aber normalerweise sind wir mehr. Wow. Der hat mich gestackert. Krass. Hoppala. Hoppala. Jetzt aber noch. So. Kopfgeldsammler. Ach, guck mal. Den hätte ich eigentlich gebrauchen können. Naja. So. Also, wir haben hier jetzt fast alles voll. Das Einzige, was noch fehlt, müsste hier auf der rechten Seite was sein. Genau. Blutmagicid ist gelähmt. Favoritmenü auswählbar. Ist ein bisschen schade, dass man hier im Dingens nicht sehen kann, wie weit man tatsächlich ist. Und zurück verwandeln. Im Vampirmenü, wie viel man tatsächlich vom Levelfortschritt hat. Aber gut. Man kann ja nicht alles haben, ne? So. Da ich nicht zu lange, ähm, in den Innenhöhlen mich aufhalten will, weil die sind das für die Vampirfürsten sehr verwinkelt. Ähm. Gehen wir mal rüber. Aber, wieso weilt eigentlich das Blut im Sonnenlicht? Ne. Gehen wir mal rüber. Hier vorne sind nämlich auch eine ganze Menge, ähm, Elbandiden. Wenn sie denn da sind. Ich hoffe doch. Hört sich gut an. Das hört sich sehr gut an. Vor allem meine Stimme. Die hört sich grandios an. Wenn ich, äh, lange Zeit richtig rede und die richtigen Worte treffe, dann kommt es auch schon mal, dass sich das anhört, als wäre man wieder im Stimmbruch. So. Fortschrittstalent gesteigert? Ne, das ist, also nicht Talentpunkte erhalten. Äh, vertan. Ja. Das ist alles. Ich kann nur rechte Maus, äh, linke Maustaste. Hoppala. Aber die reicht auch. Boah. Da hab ich aber ordentlich abgeräumt. Hier sitzt nicht genügend Magiker. Warum? Das ist ja doof. Gut. Das haben wir auch erledigt. Jetzt bin ich gerade mal überlegen, wo ist ja noch ein gutes Lager, wo man hingehen könnte. Äh, zurück verwandeln. Ah, mir fällt eins ein. Das ist ein Falkenring. Das ist ein Lager, was nochmal deutlich mehr hat. Und zwar ist es hier unten. Messerkamm. War das Messerkamm? Ich glaube, es war Messerkamm. Das ist, glaube ich, ein Lager, da sind gut zehn Banditen draußen. Das ist ein bisschen langweilig, so ein blöder Fahrmann zu gucken, aber dann kann ich mal ein paar Sachen erzählen. Also, ähm, wenn man jetzt einen Schwierigkeitsgrad vergleichen würde zwischen Enderal und Skull, würde ich sagen tatsächlich, dass Enderal im Grundschwierigkeitsgrad schwieriger ist. Man muss ein bisschen mehr aufpassen. Benni. Ja, komm schon. Denn, es gibt ein paar mehr Sachen, wo man darauf aufgehen muss. Ich will halt nicht irgendwie heftig spoilern oder so. So. Ähm. Mit Folge 340 ist dann auf jeden Fall jetzt erstmal ein ordentlicher Zeitraum Pause, bis es dann die nächste Folge Richtung Eldersquores geht. oder halt dann Enderal. Oder halt dann Enderal. Jetzt ist es da. Berger-Effekt. So. Wo ist das Steam-Talent? Da ist es. Meister Vampir. Nach ewig und drei Jahren habe ich diesen Erfolg auch mal gemacht. Ich habe jetzt über 90% der Erfolge. Das sollte reichen. Jetzt können wir uns mal daran tun, den Vampirismus zu heilen. Denn, auch wenn es ein bisschen lustig ist, darin zu kämpfen, in der Haltung, Ich bin kein Fan von diesen unsterblichen Wesen im Eldersquores-Universum. Wir sind es zwar an sich ganz lustig, aber ich bin kein Fan, die ganze Zeit zum Beispiel als Vampir zu spielen. Oder als Werwolf. Und jetzt können wir dann endlich mal, da das DLC ja auch durch ist, mal den das Vampirblut opfern. So, moin. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich habe Geld. Hier. Kluger Mann. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab. Dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Jaja. Ich grüße euch. Ah, guck mal. Wir kurieren beim Hinterher. Komm. Komm. Ja, komm. Na gut, komm. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Mhm. Lasst mal sehen. Ich habe einen Brief und einen Haufen Gold. Irgendwas von wegen eurer Erbschaft. Ach und mein Beileid. Ja. Das war's dann wohl. Ich muss los. Hau rein. Ja, ist leider bei unserer, äh, unseren Tour in der letzten Folgen ein paar Leute draufgegangen. Äh, was mache ich jetzt hier in Mortal? Wir müssen nach Mortal, um uns heilen zu lassen von Vampirismus. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo der Typ ist. Das war ja Falion, glaube ich. Ich guck noch mal. Ist das nicht der Hofzauberer? Ich glaube, das ist der Hofzauberer. So, und wenn jetzt einer auf dieser Folge dann rauskommt, im Sinne von Nein, du solltest doch noch das, das, dies, das machen. Mach mir einen guten Vorschlag, was man machen kann. Und zwar was Sinnvolles. Und dann, also so irgendwelche Sachen erobern. Ist eines dasselbe. Also, hier ist Falion nicht drin. Entschuldigung. Aber das ist nicht schlimm. Dann ist der, glaube ich, hier vorne irgendwo. Da ist das Wachhaus. Ähm. Ist der vielleicht hier? Alvershaus? Nee. Das war die anderen Papieren. Falions. Oh, das ist geschlossen. Ja, dann warten wir mal bis zum nächsten Morgen. Erholsamen Schlaf gibt es als Vampir sowieso nicht. Das macht keinen Unterschied. Ja. Jo. Immer noch abgeschlossen? Hallo? Ich will da jetzt nicht einfach einbrechen. Wo ist Falion? Warte. Ich wollte eigentlich hier das nicht da. Sprich mit Falion. Jetzt weiß ich auch, wo er ist. Stimmt. Mensch. Hätte ich mir auch denken können. Falion geht ja gerne durch den Morast. Das wird doch schon ein paar Mal hier gesagt. Gehen wir mal eben in den Morast. Da wird er ja rumlungern. Ach ja. Er hatte ja schon drauf geschrieben. Und solche Sachen wie du kannst eigentlich mal alles auf 100 bringen. Weil ich hab ja noch nicht alles einmal auf 100 gebracht. Und dann nochmal alles auf 0 setzen über Legendary oder jedes mit dem Legendary-Zeichen auf 100 bringen. Leute, das ist purer Grind. Das, ne? Ich meine ist so eine Idee, ja kann man machen um sich zu beschäftigen aber mehr auch nicht. Und es ist halt auch sehr langweilig sowas zuzugucken. Da kann man ja genauso gut sagen ich mach lieber einen Guide wie man schnell Sachen leveln kann. Hoppala. Mortal ist ein Ort in Bedrängnis und es ist meine Pflicht dafür zu sorgen dass wieder Ruhe und Frieden einkehrt. So. Ich weiß vieles. Ich habe Dinge studiert, die den meisten Menschen gar nicht zugänglich sind. Habe die Ebenen des Reiches des Vergessens bereist und habe Dinge gesehen die keiner sehen sollte. Ich habe Detra und Wehmer und alles dazwischen getroffen und ich weiß genug um ein Vampir zu erkennen wo andere nur einen Menschen sehen würden. Ja, moin. Dafür ist ein gefüllter schwarzer Seelenstein erforderlich. Ihr werdet jemanden töten müssen. Wenn ihr einen Stein habt und ihn gefüllt habt kommt wieder zu mir und ich werde das Ritual durchführen. Ich werde Leben in eurem toten Körper bringen. Vampir. Nice. Man braucht nur einen schwarzen Seelenstein. Hattet ihr mir schon mal geschrieben ich habe es vergessen. Tut mir leid. Dann holen wir doch mal eben ein. Und wenn das wirklich alles ist ich brauche nur so einen schwarzen Seelenstein. Keine Angst ich habe noch was was ich noch nicht gemacht haben. Was man noch machen kann. Das haben vielleicht noch nicht mal alle bisher gemacht. Ich auch noch nicht. Ich habe es mal versucht nicht geschafft und ich sage jetzt nicht was es ist. Da musst ihr dran bleiben für. so. Also ich brauche einen schwarzen Seelenstein wieder. Aber ich habe sogar 35. Damit sind wir direkt wieder weg. So. Kommt wieder rüber. Wir speedrunnen hier jetzt die Quest. Muss wir mal irgendwann so einen anderen Hebelarm holen. Der vielleicht von hier so runter zeigt. Weil der kann das nicht. Oder? Weiß nicht. Will ich mich jetzt mit auseinandersetzen. Kann ja mal wann anders. Was denn? Ach scheiße. Wo ist er denn hin? Also ja. Sekunde ich hole mal eben kurz was ist glaube ich nicht Ach krass habe ich gar nicht hier gebunden denn dann binden wir das nochmal eben schreie ich brauche mal drachen pfeil hab ich wohl gebunden ok so jetzt ist der aggro auf mich weil ich den abgeballert hab oder versucht hab putz du mal hier hin bitte oh ich nur homing missle ja ähm solange der im himmel ist kann ich halt nichts machen na wo ist das gasthaus da vorne dann warten wir mal eben im gasthaus vielleicht ist er morgen weg also wir müssen warten bis wieder nächster tag ist und Falion wieder in den Sumpf geht zu den Sumpfis ein süßchen schwarzen weißen holen bei fortuno ich können übrigens falls es jemand noch nicht angefangen hat zu gucken hilfe meinem outlast let's play gebrochen in der letzten folge habe ich absolut keinen weg weiter gefunden mach ich warum benutze ich drachen feil ich gut kriegt gut auf die mütze kannst du mal stehen bleib sehr gut sehr gut so wo ist er jetzt wohin will er denn ja klar als hätte ich es mir nicht anders denken können was eine frechheit ich glaube schon ich mache schon den Rest Jungs ihr könnt wieder an die Arbeit zurück wache stehen bürger belästigen und so scheiß hey 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 so nicht ich muss da vorn der ist weg ne so haben wir nicht gewettet hat der sich jetzt verkrümelt dieser pisser ich höre ihn wieder da vorne was ist das für ein turm der ist ja riesig was war das was knallt ihr denn die ganze zeit so wo ist der drache ach hinter mir das will ich sehen zeig mal ups er kann umfallen sehr gut da ist er ist er ist er ist er da da ist er glaube ich gelandet ist er hier mein Gott weg da wo ist denn jetzt der drache hin ach doch da so dann werden wir wieder in die Festung der hält uns jetzt aber auch echt auf ne kann man ja nicht sagen was ist das für eine riesige Truhe ach du scheiße ist das hier ein aufstieg ey meine herren ich bin nochmal schnell dran was ist das für ein ding das grafik bug ich dachte das wäre ein turm ich dachte das wäre ein turm mega da muss ich speichern so also auch ein mordteil oh ich habe einen clip glaube ich gespeichert bin glaube ich gerade auf alt s gekommen mit alt s also die clipfunktion ist aus dem stil sekunde eben naja gut passieren jetzt viele unerwartete sachen hier ist das ein durcheinander meine fresse hier muss mal einer aufräumen so rein da rein in die juli stube ne ich will nicht einkaufen meine fähigkeiten sehr gut kommt in der morgendämmerung zum beschwörungskreis in den sumpf wir werden die kreatur zu der ihr geworden seid bannen ich dachte vertreiben damit ich wieder mensch bin sehr gut was hast du eigentlich zu verkaufen lass deinen blick darauf oha schäbige klamotten und schäbigen scheiß hab ich was zu verkaufen sollte vielleicht mal ein bisschen dass sie eben jetzt haben muss stimmt hier habe ich eingesammelt helfen haben muss wo war das nochmal ach beim vampirjäger stimmt es gab ja diesen vampirjäger in in oberhalb von einsamkeit dem wollen ich warum soll ich nicht so viel scheiß war doch kein mensch gut das reicht also beim morgen muss ich also nach draußen ich gehe da jetzt hin und warte bis zur morgendämmerung genau so nicht anders so denn ich habe noch was vor ich will noch unbedingt was machen bevor dieses projekt hier beendet wird oder ich denke mal vorläufig beendet wird und das werdet ihr dann sehen das kommt noch spannend es lohnt sich so jetzt in der nähe wo ist das ding da vorne okay also beim morgen grauen warten wir erstmal elf stunden ach übrigens mir ist aufgefallen bei ein paar aufnahmen knallt mein mikrofon manchmal durch also jetzt nicht die oder die letzte outlast die ich aufgenommen hatte also outlast ist das dann eigentlich 10 weiß es gerade gar nicht ähm sondern manchmal ist das irgendwie übersteuert es kann sein dass mein mikrofon in den arsch geht ich hoffe nicht weil ich habe nur noch ein schrott mikrofon so Thalion gut ihr seid hier wie ihr wünscht warte bis Thalion das Ritual verändert hat ich rufe die Reiche des Vergessens die Heimat derer die nicht unsere Vorfahren sind antwortet auf mein Flehen du bist hässlich so wie es im Tod neues Leben gibt gibt es im Reich des Vergessens einen Anfang für das was geendet hat ich rufe diese Macht herbei nehmt die Seele an die wir darbieten so wie die Sonne die Nacht beendet beendet die Dunkelheit dieser Seele bringt das Leben in die Kreatur zurück die ihr vor euch seht das Ritual ist abgeschlossen was ja auch keine roten Augen mehr meine Fähigkeiten werden hier sehr gebraucht damit Mortal weiterhin sicher ist was ich mache geht euch nichts an warum seid ihr hier seid ihr mir gefolgt ich will dass ihr sofort geht und niemals wieder von dieser Sache redet ich muss euch gar nichts sagen jetzt geht auf der Stelle und erwähnt niemals dass ihr mich gesehen habt hä naja gut jetzt gucken wir mal kurz in die aktiven Effekte aber es sieht gut aus nichts von von Dingens da drin ja geil so dann nehmen wir mal etwas mit dem alle relaten können sind ja überall gesuchter Verbrecher außer ein Mortal und ich gehe jetzt mal einfach hier hin so vielleicht weiß schon einer was ich vorhabe vielleicht aber auch nicht mal sehen hm weißlauf wie eh und je ruhig Leute gehen ihren Sachen nach so und so ich arbeite für Beletor im gemischbaren Laden oh da ist er ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen stinkst nein ähm ich bring mich ins Gefängnis ihr werdet im Verlies der Drachenfeste verraten nee werd ich nicht so und jetzt müsste sich eine neue Quest ergeben oder äh äh also was mach ich hier ich will ausbrechen mein Plan ist hier ausbrechen oder klappt okay der hat Kohle guck mal also die Tür also durch die durch die vor der Tür der Gitter bricht man doch nicht aus hier durch das lockere Gitter hier so ich werd ein bisschen viel speichern müssen weil wenn mir der Dietrich einmal abbricht das ist Feierabend und das können wir uns nicht leisten so geht er wieder okay da der tode Bandit will mit dann äh ich guck mal wo es lang geht ich hol dich gleich wieder ab ja so hier nicht hier ah ich weiß wo ich bin warte Bandit und jetzt aber eilig so wenn er schon mit will dann nehmen wir den auch mit ne brauchen wir ihn Jochen Jochen hat auch Bock mit auszubrechen der will draußen beerdigt werden mach deinen Ländenschutz hier weg ja schön zu nicht da mein Gott also ich glaube ich pack den mal woanders an nehmen wir mal den Kopf ja so ist okay so Jochen wo gehen wir denn jetzt lang ich meine wir müssen gerade aus oder müssen wir nach rechts müssen wir nach rechts äh äh entschuldigung da liegt ein toter Skiver au ja der Jochen ist müde Jochen bleibt hier liegen er hat sich freiwillig gemeldet um Wache zu halten dass niemand durchs lockere Gitter hinterherkommt also ich meine von hier hinten genau kommen wir an unsere Erzsachen ran das wird spannend fuck ich muss laden und nochmal nein zum ersten mal in die richtige Richtung entschuldigung ja aber das geht jetzt aber noch ja das letzte Mal dass ich mit einem Dietrich ne Tür öffnen musste ne Meisterschloss knacken musste ist schon etwas her aber es hat deutlich länger damals gedauert danke für mein Kram jetzt können wir weiter ausbrechen jetzt haben wir auch mehr Dietrich vorhin auch richtig gut geknackt jetzt wieder letzte Louis so glaubt doch nicht dass ihr mich festhalten könnt hier Mensch uh steckbrieflich gesucht breche aus einem Gefängnis aus ach ja da war ja was ihr habt verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen ich war im Knast und hab abgesessen aber jetzt hab ich auch keine Lust mehr ich kann sogar dafür sorgen dass sich all eure Probleme mit den Wachen in Luft auflösen aber das wird euch was kosten was sagt ihr ja Mama ist erredigt und jetzt geht bevor ihr mich in Schwierigkeiten bringt so also dann haben wir jetzt auch den wo muss ich denn lang dann haben wir jetzt auch den Gefängnisausbruch hinter uns ähm ich weiß nicht ob man dann noch irgendwie noch irgendwo anders hätte lang gehen können damit man nicht entdeckt wird aber ich wollte einfach mal es auch geschafft haben auszubrechen ich hab zwar danach mein Kopfgeld bezahlt aber mein Lodge was sollst hat es den Geldbeutel nein ist das alles was ich hab nein im Schattenfuß heiligtum neben noch 400 oder 500.000 gut ich denke das ist ein gar nicht so schlechter Abschluss wir haben zwar viele Charaktere im Verlauf des Spiels ich laufe ja wie der letzte Penner rum warte mal so geht das aber nicht wir haben zwar viele bekannten der Eolund ist tot wir haben zwar viele Charaktere verloren ich geh jetzt einfach mal wohin wo jetzt kein Mensch mir auf den Sack geht da vorne da ist doch ein guter Platz also wir haben zwar im Verlauf des Spiels viele Charaktere verloren die Nasser war der größte Verlust meiner Meinung nach die sehr wichtig waren aber es hat auch Spaß gemacht oder gut also es gibt ja noch nach wie vor Gothic 1 ist noch am Laufen Dark Souls Outlast das noch kommende Projekt die noch weiteren kommenden Projekte Leute hier gibt es immer was zu gucken es gibt eine Menge Clips und ich bin immer offen für Feedback schreibt es rein und wer es bis hierhin geschafft hat und immer noch nicht auf dem Abo Button gedrückt hat der kann das mal nachholen also wenn ihr euch 340 Folgen Skyrim gegönnt habt und noch nicht einmal auf dem Abo oder Like Button gedrückt hat dann ist es aber alle höchste Eisenbahn so ich hau mich raus ich muss gleich noch einen Trockner abholen Tschüss bis zum nächsten Mal